Ellermann. 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 Sonntag 19.30 Uhr unbedingt einschalten. Da geht es um die große Heidi Kabel Ausstellung. Bilder von Heidi Kabel anlässlich einer großen Ausstellung und um die Leishalle hier im Hintergrund. Denn die Highlights im Winter und im Herbst, die stelle ich Ihnen vor. Unbedingt einschalten. Sonntag 19.30 Uhr die Highlights aus der Leishalle. Ellermann.